Hallo, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. So, wir gucken jetzt mal, was uns im Kloster erwartet, bzw. wie das Kloster uns erwartet. Rennen Sie nicht so. Eddies Jungs könnten überall sein. Das stimmt. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich, vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand. Halt! Glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus, wie der arme Kerl da. Okay. So blutet der denn aus dem Kopf. Okay. Der ist da drüben! Ich bin nicht hier. Stirb der jetzt mal? Da, okay. Lasst sie nicht durch! Bleibt in Deckung! Die Jungs haben Laservisiere! Keine Gefangenen! Der Desert Eagle! Oh! Jawohl! Damit möchte ich mal einen Kopfschuss reindrücken oder so. Wie geil! Sehr schön! Die AKG folgen ein bisschen besser. Okay. Keine mehr da? Wundert mich ein bisschen. Ich höre... Ich will den Weg sichern. Lass sie nicht zu Sullivan! Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesem Typen nicht. Okay, sie haben ihn also dabei. Unseren alten Kollegen. Ich würde mal einen Schuss machen. Alter, der ist so laut! Richtig geil! Alter, voll verfehlt! Einen Schuss habe ich noch. Wow! Okay, der war daneben. Erstmal Leben regenerieren. Jetzt aber. Shit. Verdammte Scheiße. Verpiss dich mit deiner Scheiß-Löserwaffe. Mann, oh Mann. Was, ein Idiot. Ne, ich würde die Diegel behalten. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Ich glaube, das wird wieder ein Megakampf hier. Jetzt! Was war das denn? Okay, von überall schießen sie. Okay, ich sollte erstmal den hier töten. Verdammt. Okay, das war jetzt sehr riskant, was ich getan habe. Aber es hat geklappt. Okay. Okay. Stirbst du jetzt mal, oder was? Blöder Penner. Loll. Scheiße. Ich habe keine Emotion mehr. Fuck, was mache ich denn jetzt? Na toll. Na bitte. Das war leicht. Okay. Was sind die Nächsten? In Ordnung. Fuck. Scheiße. Scheiße. Lauf, lauf, lauf. Lauf doch. In Ordnung. Okay, wo ist die Nächste? Loll, die Elena läuft da quer durch. Headshot. Oh nein. Wo sind die einen gerade eigentlich hergekommen? In Ordnung. Loll. Schön auf die Fresse. Zack. Sehr schön. Aber was ist das hier eigentlich? Versteckter Raum. Klettern. Okay. Und jetzt? Ah, da rüberspringen. Dann hier rüber. Hier nochmal rum. Hier rüber. Und jetzt da hin. Boah, gerade so. Bist du irgendwie ein bisschen behindert, oder so? Okay. 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 Was hat die denn für eine Waffe dabei? Eine Pistole. Ah, hier. Hier geht's weiter. Hier haben wir bestimmt irgendwo wieder ein Schätzchen verborgen, oder? Nee. Okay. Okay, dann nicht. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Aber hier irgendwas? Ja, auch nicht. Schade. Aber ich muss hier wahrscheinlich runter, wa? Hier liegt was. Ah, Munition. Okay, da muss ich durch. Aber ich will erstmal noch sehen, ob da hinten was rumliegt. Man kann ja nie wissen. Nope. Oh, nee. Schade. Schade eigentlich. Aber was soll's. What the fuck? Muss ich immer schneller werden, oder was? Hä? Müllst du mich verarschen, Alter? Bist du behindert? Man lässt es einfach wieder los. Was soll ich denn jetzt machen? Muss ich da irgendwas einkeilen, oder so? Pulverfässer. Jawohl. Ach, jetzt muss sie was eigentlich erstmal hinterherkommen. Denn sie ist ja zu blöd, da oben runter zu springen. Ah, okay. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Das will ich sehen. Ja. Ach so. Bereit? Okay, lass jetzt los. Langsam! Langsam! Bitte langsam! What the fuck? Ist hier irgendwas? Okay, jede Menge Waffen. Ach, um Himmels Willen! Da drüben! Die Waffe, die gefällt mir. Headshot! Ich dachte schon, ich trefft ihn gar nicht. Da ist die Munition leer. Da ist die Munition leer. Werfen. Ich möchte ihn nicht. Tatsächlich. Jetzt geben wir erstmal den da oben auf die Eier. What the fuck? Ja, fickt euch doch alle ins Knie, Mann. Sowas Behindertes. Das ist doch mal richtig bescheuert. Das war eindeutig ein Headshot. Kommt jetzt wieder der Granat werfen oder... Was sieht's aus? Wo bleibt er? Jetzt kommt er wahrscheinlich. Oder? Was sind sie denn? Zwei Schuss habe ich noch für dich. Wo? Alter, bist du behindert? Ein Schuss noch. Da muss ich die Pistole wieder auspacken. Ah, das war's. Das muss die Bibliothek sein. Dort drüben. Wir können nicht durch den Haupteingang rein spazieren. Gehen wir anders rein und ziehen uns um. So können wir nicht durch den Haupteingang? Hm. Schade. Schade eigentlich. Okay, das sollen wir nicht. M7. Haben wir auch nur wenig Munition. M7 9. Na gut. Das war's wieder mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Let's Play Uncharted. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.